Eine mittelschwierige Aufgabe zum Aufgabentypen Hypergeometrische Verteilung. Herzlich willkommen bei Mathematrix, so sieht die Aufgabe aus. Folgendes Setting, wir haben einen Abiball. Yo, nice, auf dem Abiball wird eine heitere Tombola veranstaltet. Es gibt insgesamt 100 Lose, 30 davon sind Gewinnlose. Cool. 10 Gutscheine für das Kino sind dabei, 15 Gutscheine für ein Restaurant und sogar 5 Konzertkarten für die Metal-Band Hellfire Hedgehogs. Alright, da wollen wir natürlich alle hin, ist ja völlig klar. Aufgabe, Linnea ist ein großer Fan der Hedgehogs und kauft sich 3 Lose. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass darunter genau eine Konzertkarte für die Hellfire Hedgehogs ist. Okay, 100 Lose, 30 davon sind Gewinnlose, davon nochmal 5 Konzertkarten. Linnea kauft 3 Lose, sie möchte eine Konzertkarte für die Hellfire Hedgehogs haben. Joa, würde mal sagen, versuch dich einmal an dieser Aufgabe, löst das mal und dann zeige ich dir gleich, wie ich das machen würde. Jetzt mal selber eine Runde rechnen. Let's go! Warum passt diese Aufgabe zum Aufgabentypen Hypergeometrische Verteilung? Naja, wir haben 100 Lose, davon haben 5 eine besondere Eigenschaft. Es sind nämlich 5 Konzertkarten für die Hellfire Hedgehogs dabei. Linnea zieht 3 Lose und möchte die Wahrscheinlichkeit dafür wissen, dass genau eine Konzertkarte dabei ist. Also, eine Menge aus einer Menge aus einer Menge, so in etwa. Und ohne Zurücklegen, denn man legt ja so ein Los nicht wieder in die Tombola. Außer man möchte jemanden ärgern. Davon gehen wir aber nicht aus. Dass es noch 25 andere Gewinnlose gibt, ist völlig egal. Denn ob Linnea ins Kino geht oder ins Restaurant, wollen wir gar nicht wissen. Wir wollen wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Konzertkarte für die Hellfire Hedgehogs bekommt. Alright, x ist also hypergeometrisch verteilt mit den Werten 100, 5 und 3. 100 ist die Grundgesamtheit, 5 ist die Anzahl der Elemente mit einer bestimmten Eigenschaft. Also, 5 Lose bringen uns zu den Hellfire Hedgehogs. Linnea zieht 3 Lose. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Konzertkarte dabei ist, p von x gleich 1. Hier siehst du die Formel für die hypergeometrische Verteilung. Du siehst darin 3 verschiedene Binomialkoeffizienten mit n, m, n und k. In Aufgabe 1 werden wir jetzt, äh in Aufgabe 1, in Step 1 notiere ich jetzt die wichtigsten Kenngrößen. Also Groß N ist 100, das ist die Grundgesamtheit. Es gibt insgesamt 100 Lose. 5 davon haben die relevante Eigenschaft. 5 von diesen losen, enthalten Konzertkarten für diese Metalband. Linnea zieht 3 mal, ohne zurücklegen. Und k ist die Anzahl der gewünschten Gewinnlose. Also Groß N ist 100, Groß M ist 5, Klein N ist 3, Klein K ist 1. Diese Werte musst du eben aus der Aufgabenstellung herauslesen. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, weil man gerade auch mit n und m und Großbuchstaben und Kleinbuchstaben Dinge vertauschen oder verwechseln kann. Deswegen Step 1 super wichtig. Ja, mach dir das nochmal klar. Was unterscheidet Groß N, Groß M und so weiter. Gut, Step 2. Notiere die Formel für die hypergeometrische Verteilung. Die kann man auswendig lernen. Würde ich jetzt aber, finde jetzt nicht so wichtig. Also kannst du auch aus der Formelsammlung oder aus dem Tafelwerk entnehmen. Passt für mich das jetzt was, wo ich sagen würde, nee, das muss man nicht unbedingt auswendig können. Ja, bei der Binomialverteilung ist das was anderes. Da würde ich schon sagen, auswendig. Hier würde ich sagen, nö, würde mir reichen, wenn du weißt, wo es steht. Und dann setzen wir fröhlich ein. Wir haben zunächst mal Groß M über K. 5 über 1. Gut konzentrieren. 5 über 1. Dann Groß N minus Groß M. 100 minus 5. 100 minus 5. Klein N minus Klein K. 3 minus 1. 3 minus 1. 1 und Groß N über Klein N. 100 über 3. 100 über 3. Okay. Jetzt können wir hier ein bisschen zusammenfassen. 100 minus 5 sind 95. Und 3 minus 1 ist 2. Dann haben wir 5 über 1 mal 95 über 2 im Zähler. Geteilt durch 100 über 3 im Nenner. So, jetzt habe ich aus welchen Gründen auch immer das einfach nochmal aufgeschrieben. Und jetzt kann man das hier ausrechnen. Einfach in den Taschenrechner eingeben und alles wird gut. Da würde ich jetzt auch nicht mit einem Zettel und einem Stift irgendwie rumhantieren, sondern einfach ab in den Taschenrechner damit und ausrechnen. Hier noch ein kleiner Tipp. Die beiden Zahlen hier, also 5 und 95, die müssen immer zusammen die Grundgesamtheit ergeben. Also ergeben wir hier in dem Fall 100. Und 1 plus 2, wenn man das aufsummiert, kommt man auf 3. Ja, das ist quasi die Anzahl der Ziehungen. Das geht aus dieser Formel hier hervor. Groß M plus Groß N minus Groß M bleibt ja Groß N hier übrig. Und hier ist das gleiche. K plus N minus K ist wieder klein N hier. Heißt, im Nenner hat man immer Grundgesamtheit über Anzahl der Ziehungen. Jo. Lösung. 13,8%. Das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass, wenn Linea 3 Lose zieht, sie genau eine Konzertkarte für die Hellfire Hedgehogs bekommt. 13,8%. Und nochmal, es ist völlig egal, was für anderweitige Gewinnlose da am Start sind. Es zählen nur die Konzertkarten für die Hellfire Hedgehogs. Ja, das ist wichtig. Diese vier Kennzahlen immer deutlich und schön herausarbeiten, dann in die Formel einsetzen und dann einfach eine Runde rechnen. Dann wird dir dieser Aufgabentyp gelingen. Und wenn du Fragen hast dazu, schreib sie mir. Gerne in die Kommentare. Ich werde gern und jederzeit darauf eingehen. Weitere Videos, die für dich wichtig sein könnten, werde ich dir verlinken. Schau gerne vorbei. Ich verlinke dir auch mal meine Website. Da sind noch verschiedene Lernressourcen am Start. Schau da auch gern mal rein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf dich. Lass es dir gut gehen. Und bis dann. Dein Rick. Den Rick. Vielen Dank.